Wenn wir uns jetzt eine Gegenwartsbeobachtung, ich sehe auf der einen Seite sehe ich, jetzt haben wir ja gerade Sommer und ganz viele Sommerinterviews, ich sehe einen Bundeskanzler, anders als Angela Merkel, der in vielen Interviews ist, auch sogar in einem Podcast kommt und alles Mögliche macht und dennoch, so steht es auch in deinem Buch, gibt es die Distanz zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern oder wie heißt es, Männchen in Deutschland, Helmut Kohl. Warum ist diese Distanz gerade so groß und auch da noch ein Schlenker, Olaf Scholz spricht auch die ganze Zeit von Respekt, nennt auch die ganze Zeit, wir müssen auch Respekt haben für die Maurer, wir müssen auch Respekt haben für die Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen und denkt, versucht eben nicht nur über Eliten zu sprechen, sondern versucht alle mitzunehmen. Und warum ist aber die Distanz aktuell so groß, dass es so wenig Vertrauen in die aktuelle Bundesregierung gibt? Weil er gar nicht weiß, worüber er redet. Das ist der schlichte Grund. Also ich finde zum Beispiel die Kategorie des Respektes vollkommen entlegen. Also erstmal ist das Kampters meines Erachtens nach aus dem preußischen Obrigkeitsstaat, das ist eine ganz komische Kategorie, Respekt, Respekt, Respekt. Also ich habe gleich so einen Pickelhauben. Das ist echt die. Respekt. Und zum anderen ist es ja auch was ganz Falsches. Die eigentliche Vorstellung einer jetzt ideal betrachtet modernen, offenen, sozialstaatlich und rechtsstaatlich verfassten Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft der Gleichen, okay? Das muss nicht so sein, dass die alle das Gleiche verdienen oder sowas, aber sie sind sozusagen als Subjekte, als politische Subjekte sind alle gleich. Ja. Das heißt, da gibt es gar keinen, der einem anderen Respekt zollt. Also der Gedanke ist schon völlig falsch. Und wir haben das so ähnlich wie mit diesen Begrifflichkeiten auf Augenhöhe oder so. Ich bin total sensibel, was diese Begriffe angeht, weil es ist immer die Frage, wer definiert denn? Diese Augenhöhe. Die Augenhöhe. Und wenn ich das verwende, dann weiß ich schon, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Knie, damit ich auf deine Augenhöhe komme oder so. Das heißt, das eigentliche Existenzprinzip einer solchen Gesellschaft wird deutlich permanent negiert. Und jetzt kriegst du es, kann man sich das Ganze empirisch angucken. Und so fange ich das Buch ja an und sage, wer kommt denn in dieser Gesellschaft überhaupt vor und in welcher Weise kommt die Personengruppe vor? Und dann kann ich unterschiedliche Dinge mir angucken. Ich kann mir angucken, die Repräsentationslücke im Bundestag. Fast ausschließlich Akademiker, unheimlich viele Promovierte, unheimlich viele Juristen, keine Maurer, keine Hilfsarbeiter, keine Leute, die U-Bahn-Stationen reinigen und so weiter. Okay, mag so sein, hat Gründe, dass das so ist, müssen wir aber danach suchen, an welcher Stelle wird das ausbalanciert? Wie sieht das, wie sieht das in Landtagen aus, wie sieht das in Institutionen aus? Dann gucke ich mir die Elitenforschung an und dann kann ich sehen, aha, dieselbe Verzerrung hin zu Leuten mit Hochschulabschluss und entsprechenden Elternhäusern, kommt ja auch in Deutschland noch dazu, das sehe ich nicht nur in der Politik, sondern ich sehe es genauso in der Wirtschaft, ich sehe es genauso in den Medien. Ja, wir haben überall diesen Dreiviertelanteil, soziologisch würde man sagen, immer aus derselben Schicht rekrutiert. Ja. Ja, und wir haben aber, wenn wir uns die Bildungsabschlüsse in Deutschland angucken, die Lebensverhältnisse und so weiter und so weiter, dann sehen wir, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die kein Abitur haben, geschweige denn Studienabschluss, geschweige denn eine Promotion. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die müssen auf ganz andere Art und Weise ihre Existenz realisieren, als ich oder eben jemand, der Minister ist oder wie auch immer. So, und jetzt sind wir bei dem Thema, mit dem wir angefangen haben zu diskutieren. Das sind unterschiedliche Lebenswelten, in denen diese Menschen sich aufhalten. Und die Fiktion, die utopische Fiktion einer modernen Demokratie ist, dass es etwas Gemeinsames gibt. Und wir verlieren dieses Gemeinsame. Es gibt die Verbindungen nicht. Und das, jetzt komme ich wieder auf Jens Spahn. Ich meine, es ist so unglaublich, dass diese Leute, die selber, sagen wir mal, öffentlich ein Problem deswegen bekommen haben, weil sie von ihrer Bank die Möglichkeit einer Immobilienfinanzierung bekommen haben, die nicht so ganz, sagen wir mal, jeder bekommen würde. Und das Häuschen, was er und sein Partner sich gebaut haben, wahrscheinlich auch doch etwas größer und komfortabler ist, als irgendeine zweieinhalb Zimmerwohnung in Marzahn oder sowas. Hat man aber diesen Menschen darüber, hört man sprechen, dass die Erhöhung des Bürgergeldes zu hoch ausfällt, dass die Leute zu wenig leistungsmäßig gefordert werden und noch anderes mehr. Und das bringt auf üble Art und Weise diese Differenz dieser Lebenswelten zum Ausdruck. Es bringt mehr noch zum Ausdruck, dass der Spahn nicht mal eine Idee hat davon, dass seine Lebenswelt eine ganz andere ist, und dass ihm das deshalb überhaupt nicht zusteht, solche Sätze zu formulieren. So, und nun gibt es aber, wir haben ein hohes Bildungsniveau in diesem Land, wir haben unglaublich viele denkende, vernünftige Menschen, die gucken sich das dann an und sagen, what the fuck, was hat das mit mir zu tun, was fällt denen ein? Was fällt Scholz ein, von Respekt zu reden? Ja, und ich weiß nicht, wie du das machst, ich nehme das auch an, ich spreche mit sehr vielen Leuten zu unterschiedlichen Gelegenheiten, ganz oft auch aus reinen Zufällen und sowas. Und es wird ja ständig artikuliert, ja, und zwar nicht nur mit dem üblichen Gemurre, und die sind ja blöd da oben, sondern viele sehen ganz konkrete Beispiele, wo sie das einfach nicht verstehen, warum die politische Klasse nicht versteht, was das Problem ist, ja. Und jetzt machen wir, binden wir das Ganze ab bei der Erklärungssuche, wieso ist die AfD so erfolgreich? Und dann könnte ich mich ja auch totlachen, weil die Erklärungen, die aus der politischen Klasse kommen, sind ja selbsterfundene Quatscherklärungen, ja, das reicht dann, das eine Argument ist, wir sind zu langsam, die Bürger wollen, dass wir schneller sind. Ja, würde ich mal gerne sehen, wer das eigentlich will. Wenn sie schnell das Falsche machen, will das gar keiner haben. Das ist kein Kriterium an sich. Die anderen sind die mit den einfachen Antworten. Als wollten Leute einfache Antworten haben. Und als seien sie nicht selber die mit den einfachen Antworten. Also wenn Scholz faselt, es gäbe das nächste Wirtschaftswunder, dann möchte ich wissen, was das anderes ist als eine einfache Antwort. Total Bullshit. Einfacher geht es ja überhaupt nicht. Dann gibt es irgendwie, das haben sie dann aus der Soziologie gelernt, Abstiegsangst. Und wegen der Abstiegsangst orientiert man sich rechtspopulistisch. So als wäre es hier immer klare Ursache-Wirkungsbeziehung. Nein, das Ding ist etwas ganz anderes, und das versuche ich ja in dem Buch zu entwickeln. Es ist der Verlust einer gemeinsamen Welt. Wir haben keine Gesellschaft, die als Ziel hat und als oberstes Motto sozusagen ein Lebensgefühl und aber auch vor allen Dingen eine Praxis herzustellen, die integrativ ist. Alle gehören dazu. Wir wollen euch alle haben. Wir finden euch alle super. Jetzt mal pathetisch gesagt. Aber das ist die Kernidee einer modernen demokratischen Gesellschaft, dass sie integrativ ist. Und das hole ich nicht ein, indem ich sage, ich habe aber Respekt vor euch oder irgend so einen Quatsch, sondern das muss gelebt sein. Menschen, die einen anderen Bildungsabschluss haben, sind genauso wichtig in dieser Gesellschaft wie jemand, der Abitur hat oder sowas. Jetzt komme ich auch auf das zurück, was ich als Jugendlicher gedacht habe. Die Anerkennung darf keine symbolische Anerkennung sein, sondern die muss sich in den realisierbaren Lebensverhältnissen niederschlagen. Ich habe keine Möglichkeit, ein integratives Gesellschaftssystem zu haben, wenn Menschen arbeiten und dazu noch Bürgergeld verdienen müssen, also bekommen müssen, weil sie selber so nicht überleben können. Das ist sozusagen verkackt im Sinne der praktizierten Integration. Und dann hast du auf der Seite der Menschen, der Mehrheitsbevölkerung so das Empfinden, ich gehöre auch nicht so richtig dazu oder ich weiß gar nicht, was das Gebilde sein soll, zu dem man gehört. Und dann hast du noch den ganzen Bohei da drum, dass eben politische Kommunikation eine Katastrophe ist, dass die Leute durch soziale Netzwerke aufgehetzt werden und durch die Bild-Zeitung und da, da, die, da, da, da. Aber ich glaube, der zentrale Faktor ist der Verlust des Gemeinsamen. Das war nur ein Ausschnitt von unserem Gespräch. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das komplette Gespräch gibt es hier. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wenn wir uns hier bald wieder hören oder wieder sehen. Bis dann. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Whoa-oh-oh-oh. Ummm? Oooh-oh! Musik